Sie dürfen hier nicht bleiben. Über 100 Neuankömmlinge in der Erstaufnahmestelle in Sternbuchholz bei Schwerin werden registriert und bekommen gleich Bahntickets für die Weiterfahrt. Die Anlage platzt aus allen Nähten. 750 Flüchtlinge aus allen Herrenländern sind hier untergebracht, ein Viertel davon Kinder. Es wird in 16 Sprachen gesprochen. 29 Mitarbeiter sind restlos überfordert. Jeder dritte davon hat Migrationshintergrund und versucht, zumindest seine Sprachkenntnisse einzusetzen. Mehr ist oft wohl kaum möglich. Sie haben ja gerade gesehen, es sind noch zwei Busse angekommen, da sind 100 Asylbewerber. Die müssen jetzt alle untergebracht werden. Also geht das teilweise bis 21 bis 22 Uhr. Die müssen registriert werden. Wir haben ja auch ein bestimmtes Maß, dann ist irgendwann mal Schluss hier an Betten und an einer Einrichtung, die wir nicht mal weiter höher ziehen können. Allen Befürchtungen zum Trotz, es herrscht hier ein friedliches Miteinander. Das ehemalige Militärgelände ist groß genug, um allen Platz unter der Sonne zu bieten. Denn genörgelt wird nicht. Stattdessen viele warme Worte an die Gastgeber. Nicht nur ich. Alle Syriere danken ihnen, weil sie mehr geben, als wir erwartet haben. Sie sind sehr freundlich und die Menschen aus Syrien danken ihnen sehr. Während die Flüchtlinge ihre Ruhe endlich genießen, stehen Politiker unter Strom. Gerade wird eine Sonderkonferenz der Landräte und Bürgermeister des Landes vor Ort beendet. Im Mittelpunkt die Zahlen, mit denen bisher niemand gerechnet hat. Wir haben am Sonntag früh 10.000 Gemälde gekriegt, Sonntag am Nachmittag 20.000, Sonntag 30.000 und 40.000 waren am Montag früh, dementsprechende Angabe. Mehrere Tausende vom Leid getriebene Menschen kommen nach Deutschland und setzen auf diese beschwerliche Reise ihre einzige Hoffnung. Die Geschichten sind verschieden, denn das Leid hat viele Gesichter. Wir mussten abreisen wegen des Gesundheitszustands unserer Tochter. Sie ist neun und wurde stark psychisch belastet durch all das, was in der Ukraine gerade los ist. Wir mussten weg wegen der Erkrankung, die sie dadurch bekam. Sie hatte ein Problem mit der Hirndurchblutung. Auf die Perspektiven, einen Asyleintrag stellen zu dürfen, wird gerade nicht geschaut. Die Politik beschäftigt nur das eine. Tausende müssen erst in eine sichere Obhut. In der Konferenz werden die nächsten Ziele klar definiert. Wir müssen eine zweite Erstaufnahmeeinrichtung im Land errichten, die mindestens 1.000 Plätze hat. In der aktuellen Phase mache ich mir über finanzielle Belastungen wenig Gedanken, sondern wir müssen die Menschen runterbringen und versorgen und betreuen. Die versprochenen Gelder von Bund und Land sind die Voraussetzung dafür. Die genauen Zahlen werden nicht genannt. Lokalpolitiker machen sich allerdings keine Illusionen. Wir werden also zusätzliche Wohnheime für Asylbewerber, für Flüchtlinge errichten. Aber es muss jedem klar sein, diese neuen Einrichtungen, diese Anlagen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Und sie sind nicht zu errichten, ohne dass wir auf das eine oder andere verzichten oder etwas langsamer sind in bestimmten Infrastrukturmaßnahmen. Was auf sie noch zukommt, wissen die Flüchtlinge nicht. Sprachkurse, Ausbildung, Jobsuche, all das gehört noch in die ferne Zukunft. Geplatzte Träume und verlorene Hoffnungen können in diesem Paket wohl auch vorkommen. Doch bei den meisten steht fest, sie wollen kämpfen. Wir sitzen in der Unterkunft und bekommen Geld von ihnen. Das ist schlecht für uns. Normalerweise arbeiten wir. Wir haben Arme, wir haben einen Kopf. Wir wollen arbeiten, um unser Geld zu bekommen. Danke, dass Sie es uns für eine kurze Zeit geben und somit einen Job bekommen können. Diese Botschaft muss bei der Politik ankommen. Noch gibt es eine Chance für beide Seiten. Inchallah, so könnte momentan der Spruch des Tages sein. Im arabischen Sprachgebrauch heißt es schlicht und einfach, hoffentlich.